94.3 RS2 Ruf doch mal Gerlinde an! Hi Gerlinde, ich hab manchmal so'n Hieper auf Kuchen, aber einen für mich alleine zu backen ist einfach viel zu aufwendig. Hast du da vielleicht eine Idee? Wir lernen heute, wie man einen Kuchen macht mit ganz wenigen Zutaten. Das ist total simpel und vor allem kann man es dann auch im Büro machen, wenn man eine Mikrowelle hat, so wie ich hier eine hinter mir zu stehen habe. Wir haben Öl, das kommt in die Tasse, wir haben Milch, kommt auch mit rein, wir haben Kakaokulver, wir brauchen ein Ei, das kommt auch komplett wie es ist einfach rein. Wir brauchen 4 Esslöffel Braunzucker und 4 Esslöffel Mehl. So, das verrühren wir, am Ende kommen hier noch kleine Schokoladentröpfchen dazu. So, und das Ganze wird nochmal verrührt, kommt dann in die Mikrowelle für 4 Minuten und dann haben wir einen perfekten Kuchen. Okay, er ist nicht so schön, aber er ist sehr lecker und man kann das auch hier so ein bisschen mit Puderzucker dekorieren. Und ich meine, wir wollen ja damit keine Preise gewinnen, sondern wir wollen Kuchen essen. Und das ist eben für eine Person genau richtig und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und heiß. So, ein Tassenbrownie. Nicht schön, aber selten und sehr schnell. Wenn Sie eine Frage haben, rufen Sie mich jederzeit an. 030-94-3-92-94-3. Oder noch ein bisschen einfacher, hinterlassen Sie hier unten in den Kommentaren ein Kommentar und dann kümmere ich mich sehr gerne drum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020